Willkommen liebe Freunde, ja wir, ich hab die hier schon mal angeschossen, alle Und hier sind wir ja gestartet, beziehungsweise hier haben wir die letzte Runde beendet Als ich so grandios gefällt hab und dachte mir, oh, ich könnte hier ein Übelzein auf die Hose machen Nach dem Motto so, ne? Da beleidigt mich einer Dem hau ich jetzt eine, aber das konnte ich nicht Und weil da vier oder fünf Leute standen, die mich alle lang gemacht haben Das war ziemlich unwitzig Ich hab ähnliche Bewaffnung wie letzte Runde Und wir sind jetzt kurz vor der nächsten Tür Und Türen sind ja bekanntlich immer sehr interessant in diesem Spiel, weil Neue große Rollen immer in dem Casino und das geht immer nach hinten los bei mir Aber gut, wir werden das versuchen Das ist mein Team Team, bist du vorbereitet? Okay, das ist ähm Edel, wir sind ja, wir haben die Mission ja gleich geschafft, endlich Äh, dann Oh, ein Jungs, ich komm mit Go, roger that Oh, das sind Freunde, das sind Freunde, das sind Freunde, sehr gut Hinten wartet eine Spezialeinheit, der Polizei, schätze ich mal Und, ähm Er bewacht so den Ausgang, damit wir hier sicher rauskommen, ne? Hol dich mal die Geisel Oh, Lamm, komm mit hier Follow me Follow me Übelst böse Stimme Korrekt, dann haben wir das auch endlich geschafft Jetzt gehen wir langsam auf den Sack Wir müssen mitkommen Wir sind Freunde, ne? Wir werden grün angezeigt Grün, nicht schießen Oh, fette Panzerroll, zeige ich euch schon mal an Los, 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 Jungs Oh, schafft Christ Keller Agent Lynch Ja, Jesus Wir haben HRT-training mit Delta Ich dachte, Sie waren immer noch in Bowstring Ich bin nicht mit Delta mehr, die Böse hat mich gegründet Oh, by the way, hier ist dein Dr. Smythe Damn, well, congrats auf die Prüfung Wir werden die Böse später Stay put, Dog Van's on its way You have to warn Dr. Williams He's the other half of the equation Sorry, Doc They already nabbed him Oh, God But don't worry We're gonna get him back Joe, we're ready for extraction Inbound Oh, toadsgespräch Eli kommt Mag er auch landen Er mag landen Oh, das war hinten ganz schön knapp Ja, dann eine Reinigung Go, go Copy that Der Abgang war jetzt ein bisschen übertrieben Wenn man weiß, dass man safe ist Ja, aber sonst Wir sind nicht fertig, seit diesem Moment sind wir auf der D.O.D. Jungs, abheben We are in control Not the police This strike against the Calypso Was a statement of our intent And our determination If you want your precious city to survive I suggest the military and the police Stay out of our way And if you think your military will stop us Think again We are in control of a micro-pulse bomb Should your military interfere with our operation You can expect to share in the following state Alles klar Das war ein bisschen gruselig Wie der Typ da Am Ende Die Typ hier mal drauf Gestorben ist Sieht wieder an Las Vegas Sehr gut Okay, die Stadt ist richtig hässlich in dem Spiel Wir haben mehrere Casinos unter Attacken Die Polizei haben die Terroristen Die Bowstring hat auf alle Delta-Squadronen Aber bis sie kommen haben wir eine grüne Light auf alle offens Was ist das Ziel? Die Terroristen sind auf der Rechtsseite Und wir müssen einen Stopp an das Aber zuerst musst du den Reporter Trish Gracie aus einer Exklusiv mit den Terroristen, die falsch ging. Woher starten wir? Die Tangos sind in einem Chinesischen Restaurant mit Frau Gracie. Nach dem, deine Priorität ist ihre Transmitter. Es ist irgendwo an Fremont. Woher? Ich kann genau den Transmitter nicht genau an den Transmitter. Sie sind die Fee. Du musst ihn suchen. Das ist dein Kapitän. Wir sind LZ. Bitte bringe die Kiste in die Aufbereitung und alle Terroristen. So, nochmal nachgucken. Bewaffnung, immer noch dieselbe. Sehr gut. Dann, auf geht's. So, jetzt mal wieder alle Schalldämpfen. Wollen wirst du das gleichne. Dann, ja, nicht, nicht. Dann, persönlich, nicht. Dann, einfach nicht, nicht. Bist du auf deinem Schall! Dann, ruhig zu bleibst du. Bist du mit der Krust. Oh! Wollen wir hier rein? Ich bin nicht, ein地方. Also nicht, wir werden die Terroristen eigentlich haben. Das absolut nicht. Liebensweise. Bist du ein. Fertig, klar. Alles unter Kontrolle. Ich will nur auf die Position. Sie wollen uns zu patrol. Wir sind besser hier. Aber Chris. Ich muss Positionen oder ich nicht. Okay, dann gehen wir das mal durch. Wir stehen hier. Oh, ich bin 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 hier. Ah. items. Jungs, ich komme runter. Teilen Bälle Farbeовых. Okay, hier müssen wir, glaube ich, lernen. Okay, das war stumpf, wir müssen nach hinten. Egal. Ja, wir haben ganz gut, ja, ganz gut aufgeräumt. Rundschweine. Go, go, go. On my way. In position. Stack up. Stacky. Jetzt mal gucken. In position. Okay. Open and clear. Willfield. Contraining Tango. In defensive position. Reloaded. Oh Gott, ich seh, ich seh gar nichts mehr. Oh, Lord. Oh, fuck it. Oh alles klar wir haben ein fettes problem Sprecher Sound suppressors on Ro What Nobody Never Never Does Still Keep Listen Don't worry ich komme nicht rüber ich komme nicht rüber so jetzt ja 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 ruhig alles ruhig ok ein neuer versuch ich habe einen plan ich habe einen plan ich habe ihn nicht ich bin ich bin ich bin ich bin So, ich lock die einfach raus, die Figgots. Oh, 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 oh. Ich bin einfach rausgerannt. Die haben das hier ganz gut unter Kontrolle, ne? Ausgeschaltet. Sehr gut. Vum 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 vum. Ich will jetzt die Runde gar nicht verkacken. Höchste Konzentration. Höchste Konzentration. Hoch auf mich. Die Jungs, kommt rein. So, wo-wo-wo muss ich hin? Hallo, Spiel, zeig mir, wo ich hin muss. Hm. Ich hasse so große Flure. Ich will da nicht hin. Scheiß große Flure. Wieso müssen die sich denn immer in dem scheiß Casino verschatzen, was komplett unübersichtlich ist? Macht doch null Sinn. Seid ihr bei mir? Gut. Achso, ja Mist. Aber irgendwo müssen wir doch... Ich muss jetzt echt hier lang, das ist richtig bitter. Ja. Ich mag sie auch gar nicht. Und ich kann halt auch wieder nicht speichern. Ich hasse dieses Spiel. Saving Brokers, das habe ich auch gesehen. Ja. Ja. Das ist das, was ich auch gerade. Das ist das, was ich. Sagen. Das ist ja, was ich da? Sehr gut. So. Also. Dann ist es. das ist überhaupt nicht krank was ich mache der demogazin okay sterb ich doch noch verdammt den habe ich leider zu spät gesehen egal aber ich habe ja kurz vorher ist ja ich bin hier doch richtig und dann bin ich denn jetzt gestartet hier war ich richtig ich bin hier ich bin hier ich bin hier Oh Leute, der ist einfach durch die Tür gegangen. Was viel schlimmer ist, aber... Das hauert sich auch. So, ähm... Ich glaube, damit bin ich hier besser dran. So, ähm... Was hast du dir überlebt hast? Zurück, Junge. Oh ja, leidet noch lange nach. Oh, da oben hocken wir auch noch weg. Ist das nicht euer Ernst? Also, gut am Anfang aus. Ich gehe einfach rein hier. Okay, was klicke ich hier? Da bin ich ganz unten, ne? Ich will von oben nach unten kämpfen. Auf jeden Fall von oben nach unten. Wie? Scheiße. Kommt hierhin. Erstmal guckt nach oben, denkt man springt auf Leertaste und dann kommt so eine Scheiße da raus. Jungs, Mädchen, komm. Wohin haben wir hier auf dem Flur Bewegungsfreiräume? Warum schießen die Faggots denn? Jungs, ich stelle das hier unten. Ich stelle das hier unten. Ich stelle das hier unten. Kann ich nicht schade? Schade. Da ist doch einer. Oh, 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 oh. Richtig schön weggesnackt. Ja, ich habe auch Ich habe auch etwas gehört Smoken darfst du nicht? Ich habe kein Problem Ich habe etwas gehört Ich habe etwas gehört Schon wieder? So, aber wie es weitergeht und wie ich mich als Sniper schlage, seht ihr in der nächsten Folge. In dem Sinne. Ciao mit V.